Hallo, liebe Deutschlernende! Falls du vom Authentic German Learning Podcast nicht genug bekommst, dann gibt es jetzt noch einen Podcast für dich. Ja, ich bin jetzt auf Anchor, eine App namens Anchor. A-N-C-H-O-R, Anchor. Ja, das ist eine App, mit der man einfach Tonaufzeichnungen erstellen und teilen kann. Ja, und jeden Tag versuche ich, eine Tonaufzeichnung zu machen und das ist sehr improvisiert. Ja, das ist eine kurze Nachricht. Ja, ich spreche einfach und dann ist das die Episode im Gegensatz zum Authentic German Learning Podcast. Beim Authentic German Learning Podcast spreche ich und dann, ich nehme mich auf, sorry, dann verbessere ich die Tonaufzeichnung und dann mache ich ein Intro, ich mache ein Outro und so weiter. Das ist der Authentic German Learning Podcast. Jetzt habe ich aber noch einen Podcast namens Authentic German Learning Radio und den kannst du finden, indem du eine Suche machst im Internet mit Anführungsstrichen. Okay? Die Anführungsstriche sind sehr wichtig, sonst findest du nicht das, was ich meine. Okay? Dann findest du Authentic German Learning Radio und kannst noch mehr Tonaufzeichnungen hören und zwar die, die ich auf Anchor erstellt habe. Und das ist ja, wie gesagt, ein bisschen improvisierter. Ja, ich spreche einfach und das ist dann die Episode. Und ich kann auch Lieder teilen. Ja, ich werde dir, werde Lieder mit dir teilen bzw. Ausschnitte aus Liedern. Ja, das macht alles Enkel für mich. Ich habe darüber keine Kontrolle, wie viel ich teilen kann von dem Song. Aber ihr bekommt jede Episode oder fast jede Episode bekommt ihr auch einen Song zu hören. Okay? Und ja, immer wenn ich eine ruhige Umgebung habe, dann werde ich versuchen, eine Anchor Episode zu machen. Ja. Ich überlege ehrlich gesagt zur Zeit, wie ich das mache mit dem Authentic German Learning Podcast, weil es echt viel, viel Zeit in Anspruch nimmt und mehr als ich gedacht habe. Und manchmal bekommt ihr die Episoden ein bisschen später als geplant. Ich hinke ein bisschen hinterher, aber dann höre ich aber nicht auf, weiter Episoden zu erstellen. Also bekommt immer im Schnitt, bekommt ihr immer drei Episoden pro Woche, obwohl ich sie manchmal später veröffentliche. Und dann einfach einmal pro Tag eine Episode mache, sodass ihr am Ende im Schnitt drei Episoden pro Woche habt. Und ich überlege ehrlich gesagt, ob ich nur noch eine Episode pro Woche mache, weil es vielleicht für manche Hörer zu viel wird. Und weil es auch ein kleines bisschen zu viel wird, gerade für mich. Also sag Bescheid. Also bist du jemand, der sehr, sehr viel hört? Ja, hörst du alle Episoden des Authentic German Learning Podcasts? Oder hörst du noch manche Episoden? Oder wie viel hörst du? Ich bin sehr gespannt, wie viel ihr hört. Okay. Hört ihr viel? Hört ihr wenig? Ja. Hört ihr vielleicht Authentic German Learning Radio lieber? Ja. Vielleicht mögt ihr das Format mehr von Authentic German Learning Radio? Ja. Und Authentic German Learning Radio wird etwas sein für Leute, die zum Beispiel jeden Morgen mich hören wollen. Ja. Du kannst zum Beispiel aufstehen, machst du deine Anchor-App an. Ja. A-N-C-H-O-R. Ja. Gehst auf deine Anchor-App. Dann hörst du mich, während du zum Beispiel deine Morgenroutine machst. Ja. Während du dir deine Zähne putzt. Ja. Ja. Hörst du ein kleines bisschen Deutsch. Und dann hast du auch einen guten Tag, einen guten Start in den Tag. Ja. Das ist die Idee hinter Authentic German Learning Radio. Und ja, da möchte ich kein Commitment machen, aber ich möchte versuchen, jeden Tag eine Episode rauszubringen. Ja. Oder immer, immer wenn es geht, mache ich eine Episode. Ja. Manche Tage ja, manche Tage nein. Ja. Das Ziel ist es auch immer, guten Content zu machen. Ja. Wenn es viele Hintergrundgeräusche gibt, dann werde ich wahrscheinlich keine Episode machen. Aber wenn ich in einer Situation wie dieser hier bin, ja, dann werde ich wahrscheinlich viele Episoden produzieren. Okay. Ja. Und falls du noch gar nicht gehört hast, dass ich einen Podcast habe, dann schau dir mal den Podcast an. Er ist sehr gut, wenn ich das sage. Ja. Zumindest steckt sehr viel Arbeit hinter. Und ich denke, er wird dir gefallen. Ja. Es ist, er wurde sehr, sehr viel Liebe produziert. Ja. Und ich spreche auch über sehr interessante Themen, ja, beziehungsweise Themen, die ich sehr, sehr interessant finde. Und ich glaube, dass du sie auch sehr, sehr interessant finden wirst. Ja. Und ja, es gibt, ähm, gibt sehr gute, ähm, Qualität. Und die, ähm, Podcasts sind auch relativ lang. Ja. Manchmal bis zu 10 Minuten, 20 Minuten. Und damit habe ich die Möglichkeit auch sehr tief in ein Thema reinzugehen. Ja. Ich habe die Möglichkeit, ein Thema sehr ausführlich zu behandeln. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank um voraus dafür, dass du dir das mal anschaust und mir Feedback gibst. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.